Was sind Dentaltattoos? Zahnärztliche Tätowierungen sind Sonderanfertigungen, die Zahnkronen hinzugefügt werden, bevor sie versiegelt und in den Mund eingesetzt werden. Dieser Begriff wird manchmal auch verwendet, um temporäre Abziehbilder und Flecken zu beschreiben, die zum Verzieren der Zähne verwendet werden können. Im Falle von Kronen sind Zahntätowierungen meistens an den hinteren Zähnen zu sehen, sie können jedoch potenziell auf jeden Zahn angewendet werden und weisen eine breite Palette von Stilen, Farben und Designs auf. Das Konzept der Verzierung oder Verbesserung ihrer Zähne ist eigentlich ziemlich alt. Sowohl in China als auch in Japan färbten sich die Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Rahmen ihrer Schönheitsregime mit schwarzen Zähnen. In vielen Kulturen können Zähne in Gold eingefasst oder als Statussymbol ersetzt werden, insbesondere in Lateinamerika und im Kaukasus sind Goldzähne häufig. Es ist daher vielleicht nicht verwunderlich, dass die moderne Zahnheilkunde die Idee von Zahntätowierungen hervorrief. Die Verwendung von Tätowierungen zur Beschreibung dieser ornamentalen Designs ist ein Missverständnis, da Tätowierungen per Definition Pigmentflecken sind, die durch Einstechen in die Haut entstehen. Bei zahnärztlichen Tätowierungen werden die Zähne tatsächlich nicht durchstochen oder gar mit einer Nadel berührt, und das Material, das die Zähne bedeckt, ist Zahnschmelz, nicht Haut. Der Endeffekt ist jedoch der gleiche, insbesondere im Fall eines kunstvoll hergestellten Zahntätos. Zahntätowierungen werden normalerweise vom Dentallabor aufgebracht, das die Kronen herstellt. Nachdem ein Zahnarzt eine Form genommen und bestätigt hat, dass er die richtige Größe für den Zahn hat, schickt er sie in ein Labor, um daraus eine Krone herzustellen, oder stellt die Kronen je nach persönlichen Vorlieben im eigenen Haus her. Wenn der Kunde eine zahnärztliche Tätowierung wünscht, kann die Form in ein Labor geschickt werden, das sich auf solche Dinge spezialisiert hat, und ein erfahrener Künstler erledigt normalerweise die Tätowierungsarbeit, indem er ein Miniaturdesign sorgfältig auf den Zahn malt, bevor er versiegelt wird. Da die Arbeit versiegelt ist, müssen Kunden im Allgemeinen keine besonderen Schritte unternehmen, um ihre Zahntätos zu pflegen, außer die Krone selbst zu pflegen. Labors, die individuelle Kronen mit zahnärztlichen Tätowierungen herstellen, sagen, dass die Tätowierungen entfernt werden können, indem die oberen Schichten der Krone weggeschliffen werden, für Personen, die später ihre zahnärztlichen Tätowierungen ansaugen, aber nicht die gesamte Krone ersetzen möchten. Für noch mehr temporäre Optionen können Menschen spezielle Abziehbilder an ihren Zähnen anbringen, obwohl beim Entfernen solcher Abziehbilder darauf zu achten ist, dass alle Rückstände von den Zähnen entfernt werden und das Verschlucken des Abziehbildes vermieden wird.